Es gibt vier verschiedene Phasen des Lernens und es ist wirklich sehr spannend, sich einmal damit auseinanderzusetzen und besser zu verstehen, wie nähern wir uns eigentlich einem Thema. Und deswegen will ich heute mal darüber sprechen. Die allererste Phase, bevor wir uns eigentlich einem neuen Thema zuwenden, nennt sich die unbewusste Inkompetenz. Wie der Name also schon sagt, wissen wir nicht, dass wir inkompetent sind in diesem Thema. Wenn ich also noch nie etwas von einem Thema gehört habe, dann weiß ich ja nicht, dass ich nichts über dieses Thema weiß. Und sobald ich mich weiter mit dem Thema beschäftige, merke ich, wow, da ist ganz viel, was ich noch nicht weiß und was ich lernen muss. Und diese Phase nennt man die bewusste Inkompetenz. In dieser Phase wird mir bewusst, was ich alles nicht weiß. Und das ist wahrscheinlich die schmerzhafteste Phase des Lernens, weil man dann wirklich den Schritt gehen muss, um zu sagen, ja okay, auch wenn es mich jetzt vielleicht überfordert, ich befasse mich jetzt mit dem Thema. Auch wenn ich jetzt wirklich noch ganz viel nicht weiß, ich starte da rein. Und das ist wirklich sehr schwer, diesen Schritt zu tun. Aber wenn man dann diesen Schritt geht und dann so langsam Wissen aufbaut, kommt man in die dritte Phase, in die bewusste Kompetenz. In diesem Fall weiß man schon etwas, es fällt einem aber noch schwer. Man denkt noch darüber nach. Also man ist, man tut es noch nicht so frei. Also ich vergleiche das sehr gerne mit der Phase, als ich angefangen habe, Auto zu fahren. Da musste man noch über alles nachdenken. So, jetzt muss ich schalten, okay, anfahren, dann muss man irgendwie runterschalten und okay, losfahren. Und man hat es nicht so im Körper gehabt, so diese Muscle Memory, wie man ja auch sagt. Sondern ich musste wirklich über alles nachdenken und es ist einem schwer gefallen. Weil dann ist man immer noch am Lernen. Man ist noch nicht am Ende quasi angekommen, bis man dann wirklich in die vierte Phase kommt, nämlich in die unbewusste Kompetenz. In diesem Fall, wenn man dieses Endstadium erreicht hat, dann muss man nicht mehr darüber nachdenken, wenn man etwas tut. Wie eben beim Autofahren. Und am Ende muss man, klar, man kennt ja noch die Verkehrsregeln, denkt da vielleicht schon noch nach in gewisser Weise. Oder besser gesagt, man konzentriert sich. Man denkt nicht mehr so richtig über die eigentliche Sache nach, weil das einfach schon in einem drin ist, sondern man tut es einfach. Und das ist quasi die letzte Stadion des Lernens. Man hat es quasi gemeistert und man kann es tun, ohne darüber bewusst nachdenken zu müssen. Und deswegen ist das dann die unbewusste Kompetenz. Falls du jetzt denkst, oh stimmt, in Sachen User Experience Design befinde ich mich auch noch in der bewussten Inkompetenz. Dann überleg dir doch mal, meinen Kanal zu abonnieren und mehr in dem Bereich zu erlernen. Und das ist natürlich auch, wenn ich Produkte benutze, ein spannender Aspekt, den ich betrachten kann. Also, welche unbewussten Kompetenzen haben meine Nutzerinnen, die ich wissen muss, damit mein Produkt genauso gestaltet ist, damit sie weiterhin genau diese unbewussten Kompetenzen ausleben können. Und es ist natürlich gar nicht so leicht, diese vielleicht herauszufinden, weil sie ja unbewusst sind. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man die Nutzerinnen auch mal beobachtet bei dem, was sie eigentlich tun. Weil sie es gar nicht artikulieren können, also gar nicht aussprechen, was mache ich da eigentlich. Weil es so ins Unterbewusstsein übergetreten ist, weil sie es einfach tagtäglich vielleicht tun. Und deswegen ist es wirklich auch super, super wichtig, gerade in der Anfangsphase, wenn ich mehr Research mache, auch tatsächlich einfach mal zu beobachten, vielleicht vor Ort, vielleicht geht es auch remote, dann eben zu sehen, okay, was passiert denn da eigentlich. Vielleicht auch in einem Interview dann nachträglich zu fragen, warum ist das passiert. Und dann kann man denjenigen vielleicht noch mal so ein bisschen ins Bewusstsein holen, ah, okay, es gibt Leute, die stecken vielleicht noch ganz am Anfang. Und bei denen ist vielleicht noch die bewusste Inkompetenz da. Daher, hast du dich vielleicht schon mal mit diesen vier Phasen des Lernens beschäftigt? Hinterlasse mir doch gerne einen Kommentar unten. Falls du mehr über Research-Methoden lernen willst, dazu habe ich auch eine ganze Playlist. Also schau da doch mal rein. Falls dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich auch über einen Daumen nach oben freuen. Und abonnier doch den Kanal, um kein neues Video mehr zu verpassen.